Ist das gut? Ja. Ich hätte gesagt, dass du siehst, was ein Brille ist. Wir sind die Martin Stiftung. Und wie ich viel noch berügt, ist auch bei uns nicht immer alles noch blank gelaufen. Oh Scheisse. Kannst du mich? Ich finde es nicht. Ich glaube, es ist keine Gäste von anderen. Noch mal. Eigentlich nicht. Neue digitale... Digitalisierung. Digitalisierung. Bitte neu. Bitte. Und trotz allem ist es gelungen, für die Martin Stiftung einen wichtigen Baustein für ihren Strategieentwicklungsprozess zu legen. Und auf das sind wir stolz. Voten Sie jetzt für das Team Nummer 2, Martin Stiftung.